nicht auf nette art und weise war es war doch ganz sanft zu ihm habe ich den gepunkt schnallt man 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 joker muss nicht immer lügen die da hinten würde ich gerne aber ich kann kein bad kick machen oder sowas ah da hinten der ist wieder okay sowas 0 oh man das ist blöd was macht er denn da es scheint wohl irgendwas zu bewachen ja 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 überspringen da 77 stück müssen wir ausschalten den einen den schaffen wir hier eigentlich noch der ist easy dann müssen wir uns einen ort zum verstecken suchen da oben war gut aber irgendwie war der eine ganze zeit davor gesehen weil ich glaube da war irgendwie so eine bombe oder sowas ich will keinen ärger mehr joker ist fast fertig und dann können wir runter von dieser free insel so die lobby der intensivbehandlung hat die pflotzenlady nicht gute arbeit dabei geleistet hier alles wieder zu neuer freete zu bringen so ja genau die typen sollen alle hier hin gerannt kommen sich das angucken und dann so hoch ja das ist dann doch nicht so der typ ist hier und dann gehen die wieder weg und dann habe ich wieder einen die sollen mich nur hier in meinem ding nicht sehen und erschießen sollen mich einfach vergessen und damit sie sich umdrehen einer wird bestimmt hinten bleiben dann kann ich den ausschalten vielleicht habe ich noch glück dass ich den anderen der noch da sozusagen davor geht auch noch mit ausschalten kann solange alle in die andere richtung gehen kann man das ganz easy machen nö will ich gar nicht ja genau sowas hey ich hab euch alles gegeben Pflanzen Bomben Freiheit und so remanchiert ihr euch ganz egal was ihr mit euch anstellt ihr habt es verdient oh jemini ne okay der eine bewacht das auf jeden Fall da ist der eine den können wir nicht anders ausschalten den müssen wir ganz zum Schluss machen dat ist so die bewegen sich aber auch schon intelligenter in ihrer dreiergruppe da wie macht der das? kommt der zu mir entlang oder wie macht der das? so so wusstet ihr das wenn man lange genug wartet diese Pflanzen mutieren und heftige Spuren abgeht die bei längerem Kontakt das Merkensystem zerstören so damit hätten wir wieder einen ausgeschaltet dass ich vergessen hab euch was zu sagen ihr könnt nach Westen gehen und die Gehwege kontrollieren geht einfach immer weiter ihr habt den Bosch gehört? hm oh Gott nein hier drüben liegt auch noch einer höh hier drüben liegt auch noch einer sind grad mal zwei stück den einen habt ihr selber getötet damit hab ich nichts zu tun hm so dich hab ich jetzt auch so so damit hätten wir den nächsten ähm ähm habt ihr das überhaupt mitgekriegt? anscheinend nicht jetzt muss ich nur die irgendwie dahin lotsen und der einer der übrig bleibt der nicht so intelligent ist den packe ich mir genau den da ja damit hätten wir wieder einen ja das ist den den ich da ausgeschaltet habe wenn ihr das nicht gemerkt habt komm schon wach auf verdammt der ist ohnmächtig so und damit hätten wir nur noch einen den da ja jetzt wie kommen wir an den da ach jetzt plötzlich what the fuck ist los mit dir Guy ja guck mal und jetzt hab ich dich auch so so das hast du nun davon am liebsten das genick jetzt brechen wenn man den dann schon so hat ähm ziehen so hopp so bodengitter öffnen bitte so da hinten war die so da hinten war die noch ne patienten gespielt oh da ich bin wenig doch klar doctor da hallo so 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 gut damit hätten wir das hier alles schon mal wo müssen wir eigentlich entlang so 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 ne ich möchte jetzt nicht unbedingt da dran gehen die sind immer noch scharf die bomben und dann würde ich explodieren so hier durch genau das ist alles der gleiche Weg gut hacke hecke dich bei bei den verwandten mit ein hat jemand das spiel letzte nacht gesehen hat jemand das spiel letzte nacht gesehen wow 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 ihn das heroin fahrer fahrer blöhm wow sind bateman maybe jetzt kann ich mich daran erinnern das ist bestimmt sofort wieder von scarecrow es ist ja immer so wird jeder der mit dir kennt kennt diese effekte und irgendwie versucht jeder diese effekte in sein spiel irgendwie einzubringen oder sonst was alles das ist so super dann immer auch cool wir sind der joker guck mal da haben wir harley da ist er ist gar fest ist hier der anführer ich glaube ich werde verrückt und zieh mich wie eine flieger ausreden ich war's nicht ich hab's nicht getan haltet die krabbe er sieht gar nicht so groß und pusteinflößend aus oder mr j so ich sehe mir nur deinen gefangenen abliebling mach das nicht gerade er sollt uns leid tun er ist nie über den ton seiner eltern hinweg kommen das hat ihn ziemlich verrückt werden lassen oh mein gott oh mein gott ich gehe in deinem kopf vor wain er ist weg da ist nur noch eine kranke höhle so ok ich gehe in den schüssen jokers mit dem mittleren stick aus ok wir sind tot anscheinend ha guck mal wir sind tot hooray nein wir sind zombies great ok keine ahnung wieso aber irgendwie hat das mich aus dem spiel katapultiert weil ich gestorben bin so schlimm ok da haben wir batman und sowas alles eingesperrt wie verrückte ok ok wir müssen hier aufpassen rum feuer schnell was versuchst du anzustellen ah scarecrow er sieht immer so wunderschön hier aus in dieser welt damit haben sie sich sehr viel mühe gemacht und ich hoffe dass der in arkham origins wiederkommt nein ich muss mich dahinter verstecken ich war mir nicht sicher ob man sich dahinter verstecken muss oder nicht gut das ist jetzt echt jetzt wirst du wahnsinnig für immer ja 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 ok da seht ihr das kleine ding dahinter müssen wir uns verstecken und dann wenn ihr nach links guckt also man kann hier nicht alles speedrushen auch wenn man es gerne möchte was war das ja 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 wieder ein bisschen prügeln als ich das erste mal hörte dass joker dieses irrenhaus übernehmen wollte dachte ich mit ihm von uns dass er verliebt werden als er seine vision einer Brüder erklärte in der neben saß so lange wie möglich verrückt bleiben soll und dachte ich wäre gut wie krank was ist das denn um sicher zu gehen dass ich keine spiele aus dem staub machen jüngste erfolge mit bruce rin im klassischen fall einer gespaltenen persönlichkeit wir haben unseren unfass eine innovative schlacht in rhein bestätigt oh glückabend was ist das spiel dir dein verstand streiche oder bin ich da unsere neue patientenstation wird von valen jones geleitet mir wurde versichert dass er fast jeden patienten geheilt hat der ihn geschickt wurde und er brüstet sich damit auf allen stationen freie betten zu haben hopp 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 oh nein hast du Angst rauszukommen um dich deinen engsten zu stellen da müssen wir glaube ich dem container folgen oh man das erinnert mich an mario 64 da wo mir mal einen penguin verfolgen musste oh oh was kurz Scarecrow gewesen wo guckst du denn jetzt alles hin so tüdelitüt tüdelitüt so hopp 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 verstecken so ok 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 das war so geplant gut schein weg gehts schnell hoch klettern deckung 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 ja da guckt er ganz genau hin das wird dann aber unser fenster sein wie wir das hier hinbekommen ich glaube du brauchst noch ein bisschen mehr so welchen gut musst du noch besiegen hol sie oh mein gott was ist da wow wow wir hatten es doch schon geschafft gefällt dir diese extra dosis kleine fledermaus nein what the so ja komm her hier das halte ich von deinem komischen Schwert da PAM 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 kann ich damit ein Ding anmachen ja ein Ding ist angegangen du wärst dich gut das schwächt nur deine Entschlossenheit so gut super ha ha zweites ist links das war easy du 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 guck mal da guck mal da da kommen wir schon wieder so ein großer genau was meinst du wie viel kannst du noch ertragen er macht es dir Angst zu wissen dass ich dich fast besiegt habe was da so lann gegen deine anderen Kollegen und dann stirb bitte so und zack ja was hast du jetzt he hier Piu 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 wer hast du davon wir haben gewonnen Scarecrow du kannst nichts mehr dagegen machen das Licht das zerstört dich uff was wie machst du das ach du hast genug Gift geschluckt um 10 Männer zum Wahnsinn zu treiben was bist du ich bin Batman Wieso bekämpfst du es Batman du bist genauso durchgeknallt wie wir alle du brauchst uns genauso wie wir dich brauchen und um es zu beweisen ok flute ich die Katakomben mit genug Terrorgas um jeden in Gotham City für 100 Jahre auf den Verstand zu bringen nein da tust du nicht oh shit ja Ha 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 ha. So, war hier irgendwas noch, was wir vielleicht vergessen hatten oder so, eine Karte oder sowas? Aha, hier haben wir schon mal eine Tonbandaufnahme, Harley wieder. So, genau, keiner kommt heile wieder raus, aber hier rumstehen bringt euch aber auch nicht viel. So, und der Typ ist jetzt auch gleich erledigt, zack. Also wir hatten Messerjockel, einen mit Gewehren, also mit Waffen. Ja, nehmt das bitte auf. Atombandgerät, genau. Ich glaube, die Börse würde interessieren, dass sie ihre Zelle verlassen haben. Hehehe, wenn du es über mich erzählen wolltest, hättest du schon gedacht. Wolltest du, dass ich nicht schon getauscht habe? Weißt du, Süße, ich mag dich wirklich. Sogar der Name. Stell dir etwas auf. So, damit hätten wir das... Bauer, war auch schon erledigt. So, gehen wir auch hier mal runter. Ja! So, die Schränke sind sozusagen mit Waffen gefüllt. Und man sollte dann, wenn diese Musik kommt, so wie gesagt, so schnell wie möglich die Typen, die da dran wollen, ausschalten. Und zack. Ist hier noch wer? Da, der lebt nur noch. Ach, der da hinten auch noch. So. Verdammt, du wolltest immer an den Kasten, das hast du davon. Hehehe. Na, leider nur 26er, komm. Aber egal. Ja, was haben wir denn hier? Haben wir hier das Fleisch? Was Killer Croc bekommt. Schnell, wir müssen Crane aufhalten, wo auch immer der Typ ist. Hey, noch ein Tonband. Oh, Killer Croc. Oh, gott's ihn. Oh, gott's ihn. Mit bisschen Emotionen, Batman. Oh, gott's. Get out! Vielen Dank.